Ja, nochmal herzlich willkommen beim VfL, Robert. Erste Frage an dich. Schul, Schulz oder Chui? Schul. Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Mit Butter. Wer war dein Kindheitsheld? Romaldinho. Fallrückzieher oder Volley? Fallrückzieher. Ein Tor oder zwei Vorlagen? Zwei Vorlagen. Beim Elfmeter Torwart ausgucken oder Voll draufzimmern? Beides. Dauerläufe oder Kraftraum? Kraftraum. Warum die Rückennummer 32? Letztes Jahr Glück damit gehabt. Wir sind aufgestiegen und ich finde die Nummer einfach cool. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie aggressiv bist du denn auf dem Platz? Fünf. Football oder Basketball? Basketball. Achtung, Fangfrage. Wels oder Forelle? Wels. Wels oder Bochum? Wels. Sommer oder Winter? Sommer. Wandern oder Skifahren? Skifahren. In der Mittagspause schlafen oder Zocken? Schlafen. Buch oder Zeitschrift? Buch. Fleisch oder Tofu? Fleisch. Danke dir. Gerne.